Beim Aufspüren von Pixel-Fehlern, die einem die Freude am Flachbildschirm verderben können, greift Ihnen der Pixel-Tester unter die Arme. Das Tool kann defekte Pixel teilweise sogar reparieren. Dazu färbt das Gratis-Programm den kompletten Monitor rot, grün oder blau ein und schaltet ihn vollständig auf weiß oder schwarz. Jetzt können Sie versuchen, kaputte Pixel mit der Spezialfunktion zu reparieren. Weitere Tipps von der Website des Herstellers wie das Abreiben des Monitors mit einem Tuch usw. sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, denn dadurch könnten Sie das Display dauerhaft beschädigen.